Ah, gibt's doch nicht. Kapitän Dielbarg, auch mal wieder am Lande. Mein Fluss wartet, der alte Vorbegriff. Ich glaub's nicht. Wo ist dein Bart? Das ist eine längere Geschichte. Darf man fragen, woher ihr euch kennt? Ja, wir kennen ihn auch. Falls halt gerade im Moment ist, bin ich danach, Geschichten zu erzählen. Eigentlich wollte ich einen alten Freund besuchen. Von der Stadt von mir muss ich dann erfahren, dass er tot ist, entmordet. Glaubt mir, Kapitän, dafür hat keiner mehr Verständnis als ich. Auch ich wollte einen alten Freund und Mentor besuchen. Ardo vom Eberstamm. Ihr habt das gleiche Schicksal erhalten wie eurem Freund. Ja, wir reden beide über Ardo. Was, ihr kennt Ardo? Der ist wahrlich ein Dorf. Er ist der Freund, den ich besuchen wollte. Andererseits hätte ich auch selbst drauf kommen können, wo doch Vorgrim bei euch ist. Ja, wie gesagt, das ist das Problem damit, dass Drackensang vor Amfluss der Zeit rausgekommen ist. Sehr viele Plotholes. Weil eigentlich wollte ich ja den Charakter aus Drackensang, also aus Amfluss der Zeit, hier nachspielen. Und eigentlich kennen wir sehr viele der Leute bereits. Aber sie scheinen sich an uns nicht erinnern zu können. Und wir uns auch nicht an sie. Also ich glaube, Dealpark war wirklich unser Kapitän damals, der mit dem wir über den Fluss der Zeit, also den großen Fluss gefahren sind. Ja, dann bin ich umso erfreut, euch kennenzulernen. Seid gewiss, dass ich und Vorgrim stets in Ardos Geister handeln werden. Trotz dieser düsteren Zeit freue ich mich, dich zu sehen, Dealpark. Jetzt, wo wir wissen, dass du mit deiner Talaria hier ankerst, werden Brennoir und ich dir bestimmt öfter einen Besuch abstanden. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun? Hättet ihr nicht doch Lust, den ein oder anderen Schwanker seit dem Tag mit mir zu teilen? Na gut, wer ihr seid, was möchtet ihr wissen? Was könnt ihr mir euer Schiff erzählen? Das Schiff gehört schon seit zwei Generationen unserer Familie. Als mein Vater es bauen ließ, dachte er, es könne nicht schaden, dem Flussvater Ehre entgegenzubringen und ihm milde zu stimmen. Also besanne er sich der alten Legenden von der Fee Talaria und ließ ihr Ebenbild aus Holz am Bug anbringen. Talaria liebte eins in den Augen des großen Flusses und verzauberte das Herz des Flussvaters mit ihrem strahlend glühenden Haar. So machte er hier den Hof und beide wurden ein Liebespaar. Ah, mein Vater war ein schlauer Mann, denn nie würde der Flussvater unser Schiff Böses wollen. Trinkt es doch das Anlitz seiner gesiebten Talaria. Und wie ihr seht, hat sich diese Einschätzung bis heute bewahrheitet. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun? Ja... Wie seid ihr eigentlich seinerzeit an Ardu geraten? Hm, tja, das war eine Geschichte. Damals machten mutilistische Flusspiraten die ganze Gegend vom Ferdock bis Alpenhaus unsicher. Keiner der Kapitäne, der Verstand genug hatte, traute sich irgendwann mehr auf den Fluss hinaus. Dann kam Ardu zu mir und fragte einfach, was es einfach so was es kosten würde, mein Schiff zu heuern. Ah, damals war ich noch jung und ein wahrer Heißsporn. Also machten wir einen fecksten Preis aus und zogen ins Abenteuer. Porcrim und Koano und noch zwei Freunde von damals waren dabei. Ja, einer davon bin ich. Also unser Charakter. Und der zweite ist, je nachdem, wer von beiden gestorben war. Es gab ja noch zwei weitere Charaktere. Gott, es ist so lange her, dass ich beim Fluss der Zeit gespielt habe, dass ich mich an den Namen nicht mehr erinnern kann. Aber ihr könnt ja in den Videos nachgucken. Da wisst ihr, welche beiden ich meine. Leider ist einer davon gestorben. Und nur der zweite ist mit uns gezogen. Also das war abhängig davon, wie man sich entschieden hat. Man konnte entscheiden, wem von beiden man behalten wollte. Ja, das war ein Ding, sage ich euch. Es ging da um... Ach, ich habe versprochen, mit niemandem darüber zu reden. Naja, vielleicht einmal ist die Zeit reif für diese Geschichte. Aber seit gewisser Art und Forgrim und Guano haben eine verdammt gute Figur damals gemacht. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun? Ja, das möchtet ihr wissen. Was hat Forgrim damals angestellt? Nichts da. Du wirst doch hier keine peinlichen Geschichten über mich erzählen. Aber Forgrim würde doch keine peinlichen Geschichten über dich erzählen. Bis auf die vom Haar sanften Ochsen in Nardoret vielleicht. Müde deine Zunge, Lando. Das ist mein Ernst. Denk auch an das Versprechen von Nardoret. Auch du hast es damals Artur gegeben. Du hast recht, Forgrim. Wenn irgendwann einer entscheiden sollte zu berichten, was damals geschah, dann bist du es. Kann ich vielleicht noch etwas für euch tun? Ich wollte nichts entschuldigt. Dann kann ich vielleicht noch etwas... Nun kämpfen, ich muss erst mal weiter. Auf bald ein Augenblick noch entschuldigt, dass ich euch so überfalle. Bei gewöhnlich habe ich mich bei solchen Dingen an Ado gewandt. Vielleicht würdet ihr mir helfen? Dann erzählt mal, worum geht es. Nun ja, die Sache ist mir etwas unangenehm. Also es ist so, jetzt mal, wenn ich in Fertung anlege, machen sich ein paar meiner ehemaligen Matursen in den Jux und klauen mir etwas von meiner Ladung. Für gewöhnlich ist das nicht weiter tragisch, dass ich die Sachen kurz vor dem Auslaufen meist wieder einfinde. Doch diesmal haben diese Fex-verfluchten Halunken eine höchstgeheime Sonderlösung für den Grafen vom Ferdox-Stibitz. Mein Schiff kann ich nicht ohne Aufsicht lassen, bei dem Gesocks, das ich am Hafen rumtreibe. Außerdem kann jeden Moment der Unterhändler des Grafen nochmal aufkreuzen. Mir wäre wirklich sehr geholfen, wenn ihr euch um die Sache kümmern könntet. Also gut, ich will euch nichts abschlagen, was A durch gewährt hätte. Ich werde diese Geheimlieferung wiederbeschaffen. Das erdurch sehr. Es soll nicht euer Schaden sein unter uns. Ich weiß genau, wer von meinen ehemaligen Leuten das Ding gedreht hat. Sucht nach Vierfinger-Seim in der Taverne sanfte Sau. Die liegt im Fuhrmannsheim. So verbringt dieser Taugnis den lieben langen Tag. Passt aber auf mit diesen Burschen. Die sind mit allen Wassern gewaschen. Eben an sich versieht, haben sie den letzten Hele aus der Börse geangelt. Und beeilt euch bitte. Ich will dem Unterhändler des Grafen nicht nur einmal vertrösten müssen. Seid unbesorgt, Kapitän. Ich werde schon auf der Hut sein. Ich bin bald mit eurer Lieferung zurück. Wartet noch. Ich habe da noch etwas für euch. Dieses alte Rezept habe ich daraus von Ardo bekommen. Ich denke, es wird euch noch von großen Nutzen sein. Naja, jedenfalls werdet ihr keinen Hunger leiden. Hehe. Ah, Rezept für Heldenfrühstück. Erhöht die Haustauer für zwei Minuten um fünf. Braucht Talentwert von eins. So, da können wir gerade das ganze alte Zeug behalten. Was wir so auf seinem Schiff zusammengesammelt haben. Auch wenn es komisch ist. Gut. Also, ja. Erlange die gestohlene Lieferung. Ich habe im Hafen von deinen alten Bekannten Ardos getroffen. Langendodilbrack. Er ist Kapitän der Talaria unter deinem Problem. Einige seiner ehemaligen Matrosen haben hier eine wichtige Geheimlieferung über den Grafen von Herdokstibitz. Wir sollen uns zur sanften Sau im Fuhrmannsheim und einen gewissen Vierfingersalm das Gestohlene zurückholen. Erlange die gestohlene Lieferung. Kapitän Dielbrack hat mich gebeten von einem seiner ehemaligen Matrosen namens Vierfingersalm die gestohlene Heimlieferung zurückzuholen. Mein Weg führt mich zur sanften Sau im Fuhrmannsheim. Angeblich ist er dort Stammgast. Ja, Fuhrmannsheim wäre hier drüben. Wir haben allerdings aber immer noch hier den Stadtgardisten und den Krämer. Oh, da wächst noch mal ein Einträger Krötenscheme. Dann haben wir endlich mal Glück und Erntlein. Nein. Gemischt Waren bester Qualität. Bester Qualität? Dann zeigt mal hier. Also er hat die ganz einfachen Sachen. Deswegen verkaufen wir ihm auch die ganz einfachen Sachen. Wie 28 rostige Nägel. So. Ah, und noch ein Fass. Jetzt haben wir auch gleich eine Bärenfalle die wir ihm noch verkaufen können. Die lustigerweise auch sehr viel wert sind. Ja. Eigenstimmkohle. Okay, so wie die sich streiten. Ihr hattet wohl Tomaten auf den Augen. Mein Wagen stand doch förmlich, als ihr angerast seid. Ihr seid doch ein dummer Tölpe. jeder sieht doch, dass hier zwei Wagen durch die Straße passen, wenn man nicht in der Mitte fährt. Ich lasse mir hier die Schuld nicht von einem dahergelaufenen Bauantöfel an den Bart kleben. Da muss ich nichts kleben. Euer Bart ist schon verfilzt. Gelegentlich waschen soll helfen. Passt ja auf, was ihr aus eurem dreckigen Mund spuckt. Das landet diese Faust noch auf eurer hässlichen Nase. Ja, ja, mal wieder typisch das Land da. Nur Gewalt im Kopf und Fuhrwagen fahren wie der letzte Henker. Zum Henker mit dir, du Pappnase. Ihr könnt den Wagen auch durch einen Nadelöp fahren. Ihr dagegen braucht den ganzen Acker, um nirgends anzustoßen. dass dieser Unfall durch euch verursacht wurde, ist ja klar wie Klobs probiert. Wartet nur ab. Ich habe schon nach der Stadtkarte rufen lassen. So, ruhig kommen, da werdet ihr ja sehen, wie ihr im Straßenverkehr nichts zu suchen haben. Okay, das hier sieht auch richtig übel aus. Ich ein Volldepp, beleidige mich nur weiter, mal sehen, wen von uns die Stadtkart ist am Ende hinter schloss und Riegelsperren. nicht mich schau durch allen euren Wagen an, der ist ja Schrott, morsches Holz, alle Nase lang, der wäre auch von alleine auseinander gefallen. Jetzt über meinen Wagen herziehen, ich glaube gleich schepperts. Was denn euch noch, was denn auch noch Alzheimer, hat doch gerade euren wegen gescheppert oder seid ihr blind. Das ist doch eh alles eure Schuld gewesen. Wie weit ihr das, ist es meine Schuld gewesen. Selbstverständlich lässt man auch einen Hornochse in den Wagen fahren, der Ochse sollte ihn ziehen. So einen Ton verbitte ich mir, seit 20 Jahren fahre ich schon Wagen. Das war wohl zehn Jahre zu viel für eure so wie ihr schielt. Okay, mit den beiden lässt sich nicht reden. Und der Stadtgardist, der Obergardist ist hier eher Was willst du? Siehst du nicht, dass ich hier gerade eine wichtige offizielle Unterredung führe? Ja, verzeiht meine Störung. Ich dachte, ich fände euch bei einem Unfall, vor dem ihr gerade diesen Prinz erzählt hatte. Auf Geist von Wachhaupfer Dockenspiel stehe ich der Stadt gerade bei der Aufklärung der kürzlich geschehenen Morde zur Seite. So, so, in diesem Fall bin ich natürlich meinen aus. Wie, aber weshalb belästigt ihr mich damit? Bin ich den, Herr Obergardist? Adem vom Eberstamm war ein guter Freude. Ich möchte nur dafür Sorge tragen, dass der für seine verantwortliche seiner gerechte Strafe nicht entgeht. Wollen wir das nicht alle? Tja, Adem vom Eberstamm den haben sie wohl erwischt. Meint Beileid auch. Ihr wollt jetzt sicher weiter. dann gehabt euch gleiche Eberstamm vorfand. Außer dem Leichnam war jedoch nichts zu sehen. Es war alles so wie bei den anderen Morden auch. Kein Herz, keine Spuren und keine Zeugen. Jedenfalls haben wir noch niemanden auftreiben können, der etwas gesehen haben will. Tief in der Nacht ist normalerweise sowieso niemand an den Anliegeplätzen. War das jetzt alles? Wolltet ihr euch nicht in besagter Nacht mit Ardo am Hafen treffen? Da müsstet ihr doch eigentlich selbst etwas von der Untat mitbekommen haben, oder? Warum ging es überhaupt bei diesem Treffen? Bei meinem vermeiden Brummschädel, das stimmt. Ardo hat mir von dem Treffen erzählt. Er hatte mich gebeten, ihn dieses Mal nicht zu begleiten. Wieso habe ich nur auf ihn gehört? Es war doch meine Pflicht ihn zu beschützen. Ich hätte bloß darauf bestehen müssen, mitzukommen. Frau Grimm beruhigt euch, sei versichert, dass wir nicht eher ruhen werden, bis der Mörder Arthos gestellt ist. Meinen Axt wird er zu spüren bekommen, dieser Verrückte, und dann werde ich ihm seine feige Nase kaputt beißen. Ah, ich brauche ein helles Der Kummer, die Schande nach Arthos. Wir sehen, wir werden sehen, Frau Grimm, lasst uns den Mörder mal finden, danach können wir immer noch überlegen, was wir mit ihm anstellen. Morgen war es um zurück zu einer Frage zu kommen. Was war denn nun der Grund eures nächtlichen Treffens mit von Eberstamm? Der Grund des Fremdens war ein einfacher Austausch von Informationen bezüglich seiner Ermittlungen. Ich sollte ihm wohl helfen, immerhin war es Eberstamm die Idee, mich des Nase Ditox zu treffen. Ich hatte mich ein paar vage Andeutungen fallen lassen von organisiertem Verbrechen im Pferdok hatte er erst. Und Korruption war auch die Rede. Er wollte mich erst vor Ort genau in die Sache einweilen. Ich hatte ja ja da können wir so genau weiß ich das auch nicht. Wie gesagt er hatte nur ein paar vage Andeutungen fallen lassen. Vororganisierte Verbrechen in Pferdok Karte erst von Korruption er wollte mich genauer einweichen. Doch ich hatte nicht mehr die Gelegenheit mit ihm zu sprechen. Wie gesagt ich fand den tot auf. Mir gibt dazu nichts zu sagen. Schade dass die Stadt gerade nicht genug Ja der Tatort von Ardo Gut das heißt wir werden jetzt erstmal speichern LP 005 und einen Cut machen und dann gehen wir das nächste Mal nach Fuhrmannsheim die Quest für den Kapitän machen und dann geht es zu Barlet zurück okay also bis gleich